Die Jannine Die schlürzte Zeitung An der Karriere in den Siedern An dieser Hörer mit Linden auf zwei Er hat hier Sommerschein den ersten Auf ein Dreier 27 Teams haben noch ein Lausch 27 Teams, die mit einem ganzen deutschen Vigilteam zu vollem Mannschaften werden. Ja komm! Geh runter! Geh runter! Und die beiden bringe es zu dem Start stehen! Erst mit Junte und keine Anni, danach Lügen kein Start mit Preis nehmen! Er wieder abgeben, bringt Eneken und Aja kurz mit Punk! Luftwалось im Dereken! Luftw bisserl! Luftw Tief! 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 Und dann sind wir in den Top 5 nach den Punktergebnissen von gestern Jasmin Jute und Kirali danach Christian Prinz mit Wake Rebecca Kowalski mit Hilfe Sabine Molls mit Brug und wir siehst mit Ziet Ah nee Sie kommen mit Zielen 39, 71, aber... Wir haben eine neue schnellste Zahl 34, 61. Miriam Schopen mit Mi 35, 60 auf 2. Daniel Lekowski mit Neo auf 2. Mit Vorweine im Perkur. Das war gut. Und Ki-Hu-Ni noch. Dojena Stöder mit Ida und der Röckner Lekowski. Geht's los. Das ist jetzt eine gute Tour. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ein Puppelfehler, das ist wirklich gut. Wirklich, ein Superlander Lauf. 36, 40. Aber leider ist diese Bände... Und wir sehen Yasmin Jôte. Für Ki-Hu-Ni. Dann haben wir den Kretschkabin aussehen. Dann haben wir ihn mit Eneke. Und dann haben wir jetzt... Wie geht's die ganze Zeit? Nein, 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 nein! Awww! Wach! 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 Zurückgesprungen, leider keine Wertung. Yasmin Jôte und Ki-Hu-Ni. Wir hatten seine Herausforderung gestellt. Wach! Wir haben noch 18 am Start, das nächste Team, Yasmin Jôte und Ki-Hu-Ni. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018